so es ist tag und ihr seht hier braun und morastig aus auch gut wie sieht eigentlich meine reputation aus wohltätig ich bin goldteil ein held okay das heißt ab runter da jetzt quicksave machen hat er uns noch was zu sagen noch nicht also er fragt ob ich was gefunden habe aber ich sage mal noch nicht dieses stockwerk könnte nämlich etwas das könnte nämlich etwas mehr zeit in anspruch nehmen nehme ich mal an okay ich bin letztende spinn mach mal auf die große stimme und du betäubt die große spinne aber du bist böse vergiftet auch mal den da um und du ja du bist der falsche du machst das und du machst doch das so dann hat es dich wenigstens nicht umgehauen das ist nicht so toll genau geht auf meinen hund los du hau den um du hast nichts mehr dann du genau du bist umgehauen jetzt bist du jetzt bist du tot gut jetzt warten wir mal bis er sich regeneriert hat wohin hat es also hat schon ganz schön erwischt jetzt passieren wollte ich gar nicht wer auch immer hier saß ist hastig aufgebrochen tinte wurde über die ganze schriftrolle geschildert und macht den inhalt unlesbar ein brief nach hause mutter ich habe bruder ältere gebeten mir diesen brief zu überbringen dir diesen brief zu überbringen da am nächsten morgen nach neuheoma reisen wird ich gebe ihm alle münzen mit die ich habe und hoffe dass sie die überraschung einer unerwarteten heimkehr bildern werden ich beabsichtige nämlich in wenigen tagen zu folgen in unserem dorf hat es hat sich viel verändert oder obwohl ich nicht möchte dass du dich sorgst muss ich doch sagen dass es nicht sicher wäre hier zu bleiben ich weiß dass red tricks ob rica nicht zustimmen wird aber der brief endet hier ok wir nehmen wir mal trotzdem mit auf dem möbelhaufen befinden sich brandflicken so verstecktes objekt gefunden genau deswegen nämlich spiel ich mal ach wie das guld welpen ok das war interessant wie sieht es eigentlich mit erfahrungspunkten aus dauert noch ein bisschen überall zwischen diesen eingestürzten stein gibt es höhlen und schmale spalten clown spuren und dung zeigen dass biester hier vorbeigekommen sind ja dieses skuldurs nämlich namentlich ok das ist eine kleine spinne die ist schon tot aber die vergiften immer so garstig ok das hier sieht nach baracken aus notiz eines initiierten dieses stück pergament ist in relativ gutem zustand aber die tinte darauf ist verblichen du kannst ein paar stellen mit sorgfältiger schönschrift erkennen ist suche zur ritual ebene red tricks ob rica sagt erlösung sogar für diese vergessenen und statt der zweiten zuerst die größte glocke geschlagen der rest ist unleserlich ah und hier sind rationen drin also reisevorräte ok hier sind nur kleine spinnen nicht so gut das hier ist eine ganze meute ich mach mal jagdbeute auf den du bist vergiftet versuche mal irgendwas um zu hauen und du töte einfach irgendwas ok du bist ausgenockt du bist zu flankiert und mein hund ist auch wieder gefallen das ist nicht so toll versuch du mal zu heilen das hat auch nichts gebracht schnell speichern ja definitiv vorsichtiger sein hier schwer ist definitiv schwer hier ist was ist da koffer stücke und adra ein will-o-wisp mehrere will-o-wisps na ok mein hund ist übernommen das ist nicht so ganz so ideal aber aber mein hund macht das nicht so viel aus könnt ihr dir bitte auf den richtigen will-o-wispen gehen der der fast tot ist jetzt bin ich übernommen wir sind einfach nur nervig so jetzt ist keiner mehr übernommen oder ne diese stücke pergament ist abgenutzt zerlumpt die tinte ist verblasst ähm was steht da in diesen zeiten der not muss man genauso viel glauben an uns selbst haben ich werde diskret sein gucken wir mal ob hier was versteckt ist scheint aber nicht der fall zu sein ok dann gehen wir jetzt nochmal hier rein töten die eine einzelne spinne gut den zettel kennen wir bereits lage ausrüstung jetzt machen wir das ganz taktisch ja ich als jäger gehe kurz vor so jetzt renne ich weg jetzt müsste das ganze zeug hinter mir herkommen ja oder auch nicht nice and quiet ok so könnte ich sie theoretisch einzeln rauslocken nehme ich an ok die läuft mir hinterher ja ne vergiften ist nicht so toll ja ok ich bin etwas angeschlagen aber das geht noch sicher ich könnte mir eigentlich die vorräte sparen und mich jedes mal zum rasten zurückziehen so wo ist mama spinne die ist da so der verpasse ich gleich mal ok ok mein hund ist vergiftet damit komme ich klar mein wolf ich sage immer mein hund mein hund läuft da drüben ok war es ausgenockt genockt jetzt nicht mehr der muss sich jetzt regenerieren und dann mache ich mal eine markierung auf den da und gleich ein pfeil hinterher so ist vergiftet so ist ja noch gut okay hier haben wir die notiz und den japs ist drin gehabt sondern bleibt eigentlich nur noch die große halle so wie davor geht zum spänen so wo das war ein schöner treffer landet kritische treffer mal sehen was ich als nächstes vor die flinte kriege so okay jetzt kommt zwei mit zwei kann ich arbeiten okay jetzt kommt eine horde die allerdings nicht so gut durchkommt so du markierst du machst deine heilung an du wirfst einfach mal genommen als zauber rein und du wirfst die dicke spinne um sehr gut du eine kleine heilung auf meinen wolf genau die dicke spinne umwerfen okay meinem wolf hat es umgehauen ist halb so wild und wir haben die spinne aktualisiert gut du bist ein bisschen angeschlagen was deine gesundheit angeht aber ich glaube das geht noch so weit so da ist die letzte große spinne die kriegen wir auch noch klar die sich auf meinen wolf so was ist hier die rot baum flecken blättern sich über deine stiefel spitzen ab so